... typisch früh anlaufend, da wird es dann in Bayern irgendwie in diese ersten drei, die ja B, Baby, Schick und das ist dann auch von Wirtz überspielt. Und wenn das dann gelingt, dann tun wir ein paar Räume auf. Und trotzdem ist es in der Saison, die Lugend, so viele Gegentore sind, die Schuhe zu kassieren, zehn sind sie im Moment, aber Leipzig hat weniger in der Saison bekommen. Also in puncto Organisation und Struktur, aber gegen den Ball, trotz des vielen Anhaltens, ist Bayern an den ersten zwölf Spieltagen sehr gut unterwegs gewesen. ...